Historische Jagdflugzeuge üben auf viele Menschen einen ganz besonderen Reins aus. Die Verbindung aus Technik, Geschichte und Fliegerei ist die perfekte Mischung für echte Legende. Mit großer Leidenschaft und der Professionalität aus meinem Ingenieurstudium habe ich das Ziel, diese Legenden am Leben zu heilen. Dafür steht das Arsenal 45, die Verbindung von Archäologie und Technik im Flugzeugbau. Zu dieser verlorengegangenen Technik zählt unter anderem die Messerschmidt 109 K4. 1944 und 1945 in etwa 1000 Einheiten produziert, hat keine von ihnen bis heute überlebt. Die Herausforderung, ein solches Flugzeug wieder aufzubauen, besteht nicht alleine nur in der Technik. Vielmehr sind das Beschaffen von Informationen und der einzelnen Puzzlestücke von enormer Wichtigkeit. Wir im Arsenal 45 haben uns diese Herausforderung angenommen. Unser Ziel ist, eine vollständige Messerschmidt 109 K4 wiederherzustellen. Diese Maschine trägt die Identität der Werknummer 334-253. Dieses Flugzeug nahm am 7. April 1945 am Sonderkommando Elbe teil. Dieses Kommando war ein Rahmeinsatz und infolge dieses Einsatzes ging die Werknummer 334-253 verloren. Die Herstellung erfolgt in kleinen Stückzahlen mit viel Liebe zum Detail. Die Rekonstruktion der einzelnen Flugzeugteile basiert auf seltenen Originalteilen und Maßplänen. Spezialgeräte der Metallverarbeitung ersetzen hierbei großindustrielle Maschinen. Mit unserer Hilfe unterstützen wir erfolgreich weltweit Dutzende Wiederaufbauprojekte. Zu dieser Hilfe zählen neben Ersatz- und Reparaturteilen auch Fachwissen und Beratung. Arsenal 45 Ihre Kompetenz für historischen Flugzeugbau warp von mir zum nächsten Mal. Wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020